gut dann geht es heute weiter mit so wir bauen heute ein bisschen an unserem hütchen weiter das heißt wir brauchen bei mir geht es hier nicht mit rechten dingen zurecht das haus ist nicht da wir haben die fliegende wand jetzt kommt das haus ich habe bei mir also ok ja gut schaut mich doch nicht jetzt gerade eben war hier einfach nichts ein bisschen gruselig dann gehen wir mal ein bisschen er ist heute blöd dass wir zu zweit leider sind wie kann ich nochmals will ich bin schon zu lange raus was ist im spiel warte mal ich muss mal was essen holen sie wieder irgendwelche komischen deckenlampen ich weiß nämlich mit den schädeln ja ich habe auch hier ein bisschen was zum zeugs gut also für die kerzen ja ja ich hatte noch viele da wusste man nicht die schädige wochen jetzt vor allen dingen holz ohne ende also wie sie ist ja das und dann gezeigt wird 170 als stämmer das war nämlich der planer der sache wie fühle ich mich zu zweit tatsächlich unwoder als zu viert ich weiß sogar sicher leise gespielt habe irgendwann auf normalen modus das ist gerade gehört okay ich habe gerade nur schreiben gehört also wir kriegen besuch ich höre bis jetzt nur wasser fleschern mach mal am besten das volle zurück aus ich habe feuerzeug ausgemacht boah alter ganz schön creepy gerade so ein bisschen also ich muss das gerade sagen ich habe ein bisschen äh babbel ich sammle dir immer noch die köpfe von den tieren und so und hängt die an die band auf da wo du gerade stehst würde ich weg gehen ich kann für nichts garantieren du hast besuch der eine verschwindet gerade ne der kommt wieder das sind minimum zwei drei stück ich weiß es aber nicht komm mal hier weg der erste läuft hier bei mir pass auf der geht auf dich drauf der steht jetzt rechts von dir aber da sind noch einer einer ist tot aber das will also wir haben ganz schön viele ja ich bin auch gerade tot scheiße ja also ja wir sind aber übelst jetzt gerade überfallen wir minimum drei vier stück waren das jetzt gerade ja die futtert mich jetzt gerade schön auf das ist eh nichts süßes das wünscht wenn ich dann die neuen die sachen sammeln muss äh wo sind wir gerade gelandet ach wir sind wieder am flugzeug ne da ist wieder die kompeten weg zurück ich fühle mich nicht wohl meine sache ne wenn ich ehrlich bin fühle ich mich zu zweit auch nicht so wohl aber wir müssen halt den ganzen kram jetzt wieder ja wir müssen jetzt halt so ein ordentliches stück laufen würde ich sagen dann fangen wir einfach mal an zu laufen ne ja als wir sie so hin irgendwo da nicht gibt es ja auch so ein kleines lager glaube ich mit pfeilen und ich weiß ob das das lager überhaupt ist ne das ist die erste base ok dann müssen wir hier runter ja klar weil wir da weiter angefangen zu bauen sind ja die der toten kommt nachher die erste base das war so verrückt nach diesem loch da ja ja dem strand naja dann müssen wir halt und genau deswegen hatte ich nicht ich hätte nicht gedacht das wird tatsächlich so die zweite spiel ich halt über gerne zu 13 14 alles drum und dran ja die drei stück minimum kann man nicht ja gehe er heilt da also ich lasse momentan noch in ruhe ich weiß was glaube ich wir müssen dürfen die glaube ich nicht schlagen dann lassen die einen normalerweise in ruhe ohne das jetzt als garantie zu übernehmen aber einfach in ruhe lassen jetzt schon wieder hast du schon das sagt mir er weil sonst hätte ich vor gerannt weil ich war eigentlich schon unterwegs zu base aber ich bin schon fast wieder da ich bin schon fast wieder da ho maybe ich bin schon fast wieder da ich bin waffenlos ich bin schon fast wieder da ich bin ja schön ich habe gar nichts oh god die rennt ja schon wieder hier umher ich will nicht mehr lassen mich doch einfach nur Ja, einfach in Ruhe lassen, genau, wollte ich gerade sagen. Ah, ich habe einen Torf gefunden für Wasser, aber ich muss Futter kriegen. Ich muss halt wieder zur Base zurück und da ist das Essen dann. Ich stehe hier irgendwo mittendrin, ich komme nicht weiter, ich weiß gar nicht, wo ich. Meine erste Leiche, cool, bitte. Aber ich will jetzt mit der Waffe. Ja, ich habe zwei oder drei Leichen gehabt mittlerweile schon. Es wird hoffentlich zeitgleich, dass es ein bisschen heller wird. Ich bin schon wieder da. Ich bin schon wieder da. Alter, mach doch nicht der verdammte Inventar auf. Alter, ich bin wieder da. Ich habe mich jetzt gerade wieder zurückgelootet. Erb, ich bin in der Nähe. Also heil geht es mir dann gut. Und der Hunger kommt an. Bist du das hier neben mir? Gerade die Schritte. Oh, ich bin zurückgelaufen. Oh, ich bin zurückgelaufen. Oh, ich bin zurückgelaufen. Oh, das wird hell vor allen Dingen. Ich bin zurückgelaufen. Ach. Hey, meine Kraft, yay! Hey! Heute ist dein Abenteuer! ich hab mich nicht ich hab grad voll die paranoia ich hab ja wirklich alles gebraucht hier also das ist gut okay wir brauchen baumstämmen ohne ende das ist nach wie vor der plan vor allem sieht man jetzt jetzt sieht man ein bisschen mehr ja das ist halt gesagt du achtest halt zu zweit ein bisschen mehr drauf als oder bis bis bei hintergrundgeräusch ein bisschen schreckhafter als wenn du halt nur so ein bisschen platz voll drum läuft na ja wie ihr merkt wir suchen auch immer gerne noch leute achten baum gibt es in der richtung also nicht ganz in der richtung sondern wirklich nur daneben da schleicht herum macht dazu weg ist es ja so ein schade ich hatte mit spieler ich hatte der hilft uns aber der guckt der gibt es drauf jetzt überhaupt nicht ich habe ich nicht bei angegriffen war es kaputt gewick hat er hat kann man probieren mit wasser der guckt mich guckt den wahren also ich will so zwei schlagen weil ich in ruhe lasse lässt mich auch in ruhe er mag mich einfach nicht der guckt wieder und jetzt kommt er wieder auf dich zu pass auf er kommt wieder deine richtung bin ich um richtig um das blöde ist dass man immer die neuen sachen wieder neu machen muss ich habe ihn jetzt erst mal ertrunken ertrinkt doch noch lebt er noch ich habe ihn eigentlich tatsächlich eigentlich habe ich ihn gehabt jetzt ist er tot das ist schluss mit lustig hey so mal die noch nicht sehr gesund aber okay jetzt jetzt war ich eigentlich wollte ich wieder ein bisschen jetzt habe ich die stemmelze hingelegt irgendwo habe ich die hier genau neben den wagen hat ich die oder hat sie schon verstaut perfekt okay der wagen ist voll okay dann bringe ich den mal dann müsste ich den eigentlich jetzt bringe ich den jetzt rüber da brauchen wir den zweiten auch direkt ich glaube ich habe etwas groß gehört bitte was er da kommt ein großer an das heißt kaloffel heim ok er kommt richtung unserer base das ist natürlich nicht gut ich brauche jetzt ich bin eigentlich kann wir erst unterwegs zurück ich behalte dir mal auge und da sind auch ein paar normale bei ja genau das ist es halt ja ich höre so da hinten ok ich sehe so sind das sogar zwei große oder will ich mir das auch ein das sind zwei ja super aber das gute ist man kann stichst du da hin unser nachbar ist wieder da ja das sind zwei äh also ich sehe nur einen zwei große und den kleinen ich gehe mal auf unser dach weil sie uns momentan noch in ruhe lassen vielleicht haben sie uns noch nicht bemerkt ich vermute schon aber ich weiß nicht ob sie sich trauen auf der rechten seite sind noch mehr leute der linken seite auf der linken ja stimmt ich sehe drei stück noch ich hoffe ich hatte es gar nicht lustig dass wir bei denen in der höhle waren dass wir da ein bisschen aufgeräumt haben ja mit allem werde ich für dich fertig werden aber der kommt glücklicherweise startet er genau wieder mich an ey ne ich weiß noch nicht ob der jetzt runter ist er unten oder er ist unten auf unserem pavion er haut gegen unterm pavion ich hoffe er kann sich kaputt machen oder hast du hier reingestellt nein nein ich habe einen auf dem ja du hast den schon ok ich schmeich mal auf den grill also was raschelt denn die ganze zeit hier so irgendwas raschelt da ja ich weiß auch gerade aber hauptsache der typ ist erstmal weg aber ich weiß nicht wo die anderen sind die anderen sind glaube ich verpisst gerade ja dann geht es ja gut was raschelt denn hier so keine ahnung nicht dass irgendjemand gegen die wand rennt oder so hätte ich mir das genug ja wir müssen umso mehr müssen wir jetzt tatsächlich ein bisschen zusammenarbeiten wie war das mit springen dreieck dreieck ok da geht es nicht wieder das heißt wir müssen den nochmal hoch bringen ok nein wie kannst du ein tier entdecken durch den boden wie geht das denn bitte ja ein spieler findet hier rund um boden also gut 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 hier ist perfekt so ein zweiter schrank fertig geworden naja wir haben wieder leer ne jetzt fährst du ein bisschen wieder raus naja die schönen Köpfe hm die schönen Köpfe die hier hängen ach das waren Vögelchen dort hier rum Vögelchen und Echsen und so also einige ne ne einiges packt hier hier packt gerade so ein bisschen was durch die Gegend ach da hinten noch schreit da rum wieder du bist überhaupt ja du bist überhaupt ich bin grad wieder unterwegs eher nach links Richtung äh also ich drehe mich um ich dachte du wär doch oben nein ich bin eigentlich mittlerweile schon wieder unterwegs äh zum zum äh zum Wald jetzt vorsichtig irgendwo da hinten sind noch die Kaloppe 1 auf der rechten Seite ich bin links am Kumpbogen da da weißt du na wie wollten wir ihn denn denn den zweiten Hasen ist ich bin ein Fri dolin ach aber welt ich hab mich für den Hasen und nicht durchschnuppt Stöck ist das, wo ich das finde, ja, normale. Das war gruselig. Hä? Das war gerade gruselig. Erst war der Hase gar nicht ein Kefisch drin, oder war auch immer drin? Bei mir packt das gerade ein bisschen herum. Na, ich hab sowohl den aber auch. Perfekt. So. So, fangen wir mal an hier ein bisschen. Noch mal Bäumchen zu fällen. Vieles ja auch nicht mehr, vieles auch nicht mehr. Das wird hier Stöcke werden. Das sind fast nur noch Stöckbäumchen hier rum, die rumstehen. Aber die hinten drin sind noch mehr. Was zum? Hä? Bei mir verschwinden Bäume. Okay. Das hab ich nicht. Also ich hab hier meistens, dass die ein paar Tiere rumbacken oder so. Alter. Jetzt sind die komplett weg. Ich wohne gerade auch unten. Jetzt sind die ganzen Brunnen weg. Vielleicht hast du hier abgehackt, die hier hinten. Aber bei mir hat das einfach noch nicht gelacht. Ich muss hier wieder ein bisschen Energie heilen. Und die sind grunelig. Baum fällt. Baum fällt. So. Baum fällt. So. So. Her H 부� rightig. Und du. O. ��Bel. Wie?